Irgendwelche lebensbedrohliche Nutzel? Der Kuss. Der Kuss? Die Spezialisten für akutes Liebeschaos. Deine Kollegin meinte, ich kann mich schon mal freimachen. Du glaubst, ich bin eifersüchtig. Schon? Ihr seid mal wieder Thema Nummer 1 in der gesamten Nachtschicht. Also, wenn du mich fragst, ist das ein Fall von gebrochenem Herzen. Ich verknall mich immer in den Falschen. Was ist wirklich besser als in der A's Roman? Das hätte ich nicht besser diagnostizieren können. Nachtschwestern, Montag ab 20.15 Uhr. Nachtschwestern, Montag ab 20.15 Uhr.